So, hier sind wir an der Bar, die ganz vorne am Meer ist, im Royal Palms, 6 Sterne Mauritius, mit einem hammergeilen Blick direkt auf das Meer. Also wirklich wahnsinnig. Schaut euch dieses Wasser an. Traumhaft schön, wirklich traumhaft schön. Also, ich glaube, es gibt kein schöneres Hotel auf der Insel als wie dieses hier.